Kapitel 6 Die Bestrafung Die beiden, ihre Handgelenke, banden sie an die Ketten und zogen sie nach oben. Kurz meinte Hanna, dass sie bald schweben würde, doch im letzten Moment hielten sie inne, verbanden allerdings auch ihre Beine mit Gurten am Boden fest. Ihr ganzer Körper war nun stramm gestreckt. Von der Wucht des Orgasmus noch völlig geplättet versuchte sie, ihre Atmung zu kontrollieren, Herren der Lage zu werden. Erneut ging ihr Blick auf die vielen Peitschen. Ihr wurde bewusst, dass sie keine Kontrolle hatte. Die beiden Broncos stellten sich an die Wand, verkreuzten die Arme hinter dem Rücken. Ich hatte doch eine einfache Anweisung gegeben, oder? sagte Oliver und tippelte mit den Fingerkuppen auf seinem Bein. Wir hatten einen Deal, einen recht einfachen sogar, und du hast ihn gebrochen. In aller Ruhe erhob er sich, nahm eine längliche Peitsche und tat so, als würde er das Leder am Griff inspizieren. Jetzt frage ich mich natürlich, was mache ich mit dir? Die Antwort ist ganz einfach. Ab jetzt darfst du so viel kommen, wie du möchtest. Hanna ahnte Schreckliches, als ein breites Grinsen auf seinem Gesicht zu sehen war. Aber, sagte sie zaghaft, aber wir werden dafür auch, sagen wir, ein wenig gemeiner zu dir sein. Der Deal steht weiterhin. Mit diesen Worten ließ er aus mehreren Metern Entfernung die Peitsche auf ihren Rücken klatschen. Ein Schmerz durchzog ihren Körper, nur schwerlich konnte sie die Tränen zurückhalten. Holt den Vibrator, sagte er anschließend zu den beiden Wächtern, bevor er ein weiteres Mal ausholte. Hanna spürte das weiche Plastik unter sich. Ein vibrierender Kopf war auf einem Stab befestigt, der genau an ihren Kitzler aufgelegt wurde. Von den Ketten so stramm nach oben gezogen, hatte sie keine Möglichkeit mehr zu entfliehen. Dann stellte Michael das Gerät an und sofort kreiste der Kopf. Hanna schloss die Augen. Sie bekam gar nicht mit, wie die drei sich in mehreren Metern Abstand um sie aufbauten und jeder eine Peitsche an sich nahm. Erst, als die ersten Schläge von allen Seiten auf sie einprasselten, bemerkte sie dieses Spiel. Immer wieder spürte sie einen Schmerz an ihrem Körper. Michael traf ihren Po, Jeff die Seiten und Oliver ließ die Peitsche auf ihren Bauch und Busen niedersausen. Es klatschte im Sekundentakt. Die Schläge waren so abgepasst, dass es auszuhalten war. Trotzdem breitete sich der Lustschmerz wie ein Lauffeuer in ihrem Körper aus. Die Männer gaben sich Mühe, variierten ihre Schläge. Bald schon klatschten die Peitschen auf den Hinterseiten ihrer Beine auf. Eine unglaublich empfindliche Stelle. Hanna schrie, halb aus Pein, halb aus Lust. Schnell hatte sie der vibrierende Ball zum nächsten Orgasmus getrieben. Von ihren hellen Schreien angestachelt, nahm das Tempo der Schläge zu, bis sie in der Explosion untergingen. Mehrmals zuckte ihre Pussy, sie spürte, wie die Feuchtigkeit aus ihr tropfte. Doch das war noch nicht genug. Ihr Rücken, ihre Waden, ja der ganze Körper wurde nun mit Schlägen eingedeckt. Jede Sekunde waren es mehrere Schmerzpunkte, die traktiert wurden. Irgendwann wusste Hanna nicht mehr, ob sie schreien oder stöhnen sollte. Die Männer gingen um sie herum, holten aus und machten einfach weiter. Schließlich kam auch Anita hinzu, nahm eine neunschwänzige Peitsche mit kleinen metallischen Perlen am Ende des Leders. Während die Männer jetzt ausschließlich ihren Rücken, den Arsch und die Schultern traktierten, schlug Anita mit der Peitsche auf die Vorderseite ein. Dabei bohrten sich die kleinen Perlen in die Haut, machten jeden Schlag zu einer ganz eigenen Folter. Sie verlor an Kraft, ließ sich immer mehr auf die vibrierende Kugel fallen, was nur noch weitere Höhepunkte zur Folge hatte. Tränen schossen wie Becher aus ihren Augen. Anitas Schläge waren voller Kraft, bald schon waren überall auf ihren Bauch und den Oberschenkeln striemen zu erkennen. Sie lächelte, als sie immer schneller, immer härter ausholte, sodass Hanna von einem Schrei in den nächsten fiel. Anscheinend bemerkte dies auch Oliver, der eine Hand hob und sich schließlich näherte. Es scheint ihr ja richtig Spaß zu machen, sagte er, während er mit der Hand über ihren Kitzler fuhr. Dann streichelte er die Striemen und ging zufrieden ein paar Mal um sie herum. Löst sie von den Ketten. Die Männer taten sofort wie ihnen geheißen und legten Hanna vor seine Füße. Oliver fuhr noch ein paar Mal mit der Peitsche durch ihre feuchte Spalte. Dann spürte sie einen kleinen metallischen Gegenstand, der in sie eingeführt wurde. Da du anscheinend auf Vibrationen stehst, habe ich hier etwas für dich. Heute Abend erwarte ich ein paar Gäste. Die ganze Zeit wirst du dieses Gerät in mir tragen. Nur ich habe die Fernbedienung und glaub mir, wenn ich es voll aufdrehe, wird es schwer für dich zu widerstehen. Allerdings solltest du dich zurückhalten. Immerhin sind wir in Gesellschaft. Hast du das verstanden? Hanna nickte hastig. Ein weiteres Mal lief eine Träne ihre Wangen herunter. Zum Beweis stellte Oliver den Vibrator an. Sofort zuckte ihre Vagina. Dann versiegten die Bewegungen. Und das war die kleinste Stufe. Anita wird dich noch ein wenig herrichten, sagte er und war bereits im Begriff, den Raum zu verlassen. Und denk dran, du musst alles machen, was ich dir sage. Ich möchte eine wunderbare Frau heute Abend zum Essen sehen. Hast du verstanden? Ja, Oliver, hauchte Hanna unter Tränen. Hab es schwer 不是 sides mit einem Teil. Weil ich noch Frau,hibe kümmern kann. doorsjältert werden. Förderjöl ö havia es bis jodorische farb.